Ich hab da was. Ich hab da was. Wir haben da etwas. Richtig, wir suchen dich. Ja, genau dich. Denn wir wollen unser Team begrüßern. Bewirb dich jetzt und werde ein Teil der Ich hab da was TV Familie. Deine Aufgaben sind die Betreuung unserer Social Media Kanäle und die Betreuung vom Shop. Tja, du sollst auch vor der Kamera stehen und dich entfalten. Fühlst du dich angesprochen? Bist du neugierig geworden? Dann sende uns jetzt deine Bewerbungsunterlagen. Dich erwartet ein spannendes, umfassendes Aufgabengebiet. Mit Spaß, Freude und jeder Menge Kreativität. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.